Hallo! Hi Leo, hier ist die Claudie. Na? Willkommen gleich mal zum Punkt. Matthias und ich sind gerade auf Mitfahrgelegenheit am Suchen hier. Da fährt morgen einer um 14 Uhr von Berlin nach Görlitz. Ja, fährt da mit dem Auto. Vier Personen sind da. Kann er mitnehmen. Cool, magst du mir den Link mal schnell durchschicken? Ja, warte mal. Ähm, da könntet ihr ja dann mal gucken, ob er da mit reinfährt, ob er da mitfahren kann. Und 10 Euro pro Person. Ja, das wäre ja cool. Das wäre ja geil, wenn wir 40 Euro insgesamt da. Ja. Ja, und ruf ich den gleich mal an. Ja. Zurück kann ich ja noch fahren, da bin ich ja dann da. Ah ja, geil. Ja, so vier Leute wären wir hier auch. Also das wäre super cool. Mit dem Jonathan und dann hier der Kai. Und es ist noch ein Mädel dabei, die auch mitfahren will. Ja. Willst du mal... Soll ich anrufen? Also ich kann jetzt... Ich hab leider hier den Matthias auf der anderen Leitung drauf. Willst du das mal machen und während ich dranbleibe über Sky? Ja, kannst du... Schick mir mal einfach die Nummer gerade. Kannst du das nicht aufmachen? Ich hab's dir gerade geschickt. Oh, Entschuldigung. Ups. Ja, sehe. Okay. Da ist es. Ähm... Klar, warte mal. Ähm... Achso, ich muss hier... Mhm. Mhm. Ähm... 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 Mhm. Ausstieg. Sieg. Ich versuch das mal gerade. Ja, danke. Claudi? Ja, ich bin auch da. Äh... Sag mir nochmal, wenn wir nämlich alle das gleiche Ziel haben, dann soll er gleich nachfahren. Ob er vielleicht auch Löwbau ansteuern kann. Ja, ja, ja. Wie... Kannst du ihn fragen, weil ihr alle dasselbe Ziel habt, ob er gleich Löwbau ansteuern kann? Ist nicht erreichbar. Müsste ich... Also auf dem Handy ist er gerade nicht erreichbar. Okay. Ähm... Aber da steht ja auch noch die Festnetznummer, ne? Haben wir das Festnetznummer... Genau, die Festnetznummer. Vielleicht kann man da was erreichen. Ähm... Ich schaue es mal gerade. Ja. Die von Ihnen gewählte Nummer ist zur Zeit nicht vergeben. Ja... Ah, ich hab aber auch einen Fehler gemacht. Momentchen, ich hab... Ich hab einen... einen Zahlenendreher drin gehabt. Ah, okay. Ähm... Ich schreibe. Ja. Aus... Ich schreibe. Ich schreibe. Deine F war nicht so scheiße laut. Ich schreibe. Ja, es klingelt. Oh, es klingelt. Ja, hallo. Hier ist Leo. Ähm... Ich hab bei der Mitfahrzentrale gesehen, dass du morgen nach Görlitz fährst. Sind da noch Plätze frei? Bitte? Das ist alles besetzt. Alles besetzt. Dann haben wir Pest gehabt. Alles klar. Dankeschön. Okay, da. Da ist schon alles besetzt. Jetzt kam aber eben noch von der... Äh... Äh... Ich hab den Namen noch nicht drauf. Ich hab so das ganz frisch hier in meinem... Hier, die Petra. Hat eben geschrieben, äh... Es gibt auch die Möglichkeit irgendwie... Sie sagte... Hier, so ein Multivan passen acht Leute. Wenn man sich quetscht vielleicht zehn. Ähm... Und sie sagte so, das hatte man... Warte mal... Hier hat sie einen Link geschickt. Ich... Ich... Gucke mal gerade. Von wegen Multivan mieten. Weißt du? Sagt das irgendwie 50 Euro oder so. Pro Tag. Wollen wir mal gucken. 49 Euro am Tag. Für so einen dicken... T5. Weißt du? Für sieben bis neun Personen. Ich hab jetzt hier auch noch andere Angebote. Nach Zittau. Nach Bauten. Also das sind... Ähm... Aber das eine ist halt... Ähm... Drei Personen. Ja. Nach Zittau. Ich weiß jetzt nicht genau, wo Zittau ist. Da an der... In der Ecke. Ja, ansonsten müssten wir halt gucken... Ja, ansonsten müssten wir halt gucken... Ich weiß nicht, dass ich jetzt auch die Videos gemacht hab. Äh... Und ich lade gerade auch aktuell noch eins hoch. Und ich nehme auch das hier gerade auf. Ich nehm gerade im Moment meine ganzen Skype-Anrufe die ganze Zeit mal auf. Weil da immer wieder sinniges Zeug dabei ist, was man direkt hinterher verwerten kann. Nur für den... Ne? Ist besser, als wenn ich hinterher sage, scheiße, jetzt sind wir wieder aufgenommen. Äh... Passt schon. Also da kommen wir im Moment... Also dann würde die Möglichkeit bestehen, wenn wir wirklich acht bis zehn Leute zusammen bekommen und 150 Euro dann für drei Tage für ein Multivan bezahlen. Dann wären das 15 Euro pro Person. Hast du gehört, Matthias? 15 bis 20... Hä? Also der Kio sagt grad, dass er grad am gucken ist nach nem Minivan. Und es sind mittlerweile wohl auch schon durch die Videos von Leo... Einige Leute haben sich gemeldet, dass sie mitfahren wollen. Und wenn man jetzt in so einen Minivan für zwei, drei Tage bucht... Ähm... Und das dann durch acht sozusagen, oder durch sieben, je nachdem wie viel es halt sind, dann wäre das mal halt 15 bis 20 Euro pro jeden, ne? Das sind... das für drei Tage, ne? Das wäre halt voll billig. Ja. Aber es muss halt jemand sein, der einen Führerschein hat und der noch einen Perso hat, ne? Führerschein hab ich, Personalausweis... Müssen wir halt einfach... Also kriegen wir auch irgendwie jemanden gefunden. Da kriegen wir schon hin. Ja. Das ist schwierig. Ja, wenn... Also irgendjemand muss auf jeden Fall... Ich glaub, man muss beides vorzeigen, ne? Perso und Führerschein, ne? Oder Reisepass halt, ne? Ja. Na gut, also wir... Wir sind... Also das mit den anderen Sachen jetzt hier... Ähm... Ich kann höchstens nochmal bei der Mitfahrzentrale, weil das war ja jetzt einmal Mitfahrgelegenheit und Mitfahrzentrale... Ja, da findest du aber meistens weniger. Also... Achso, okay. Ohne sich anzumelden. Ja. Aber das läuft. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir machen das. Wir fahren da morgen hin. Alles klar. Okay. Alles klar. Super. Tschüssi. Bis morgen. Ciao. Ciao. Bye. Danke.